Ich fange hier an der Fachhochschule Holztechnik zu studieren. Bachelor of Science Holztechnik. Technikien des Bâtiments. Agenzement interieur. Bis jetzt ist es schön. Schönes Wetter. Ein paar gute Leute schon getroffen. Ja, es ist großartig. Ich habe noch nicht alles besucht, aber ich freue mich, zu sehen, was hier passiert ist. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Ja, ich bin gespannt auf den Unterricht. Meine Erwartungen sind, dass ich gutes Zeug lerne, das mich nachher auf den richtigen Prospekt bringt. Ich würde mich gerne neuer mit dem Werkhochschule Holz einbefassen. Wir haben 4 Jahre gelernt, und wir wollen in unserem Beruf mehr weit gehen. Und wir können uns perfektionieren. Ja, so ein Netzwerk kaufeln mit den anderen Studenten. Ich glaube, wenn ich die Schule sehr gut packe, dann wird es nebenbei eine mega gute Zeit mit lässigen Leuten und gute Zeit einfach als Student. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Ich bin froh.